Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge Chaos Wastes. Wir holen uns mal eine Bombe hier. Und die paar Coins. Und dann schauen wir mal hinten oben. Oh, wir haben zwei Bomben. Wir haben Explosiv und Feuer. Schieben wir mal den Heitrang auch mit. Und wir haben ja in der letzten Folge schon hier Regeneration bekommen. Eins hier der drei Sekunden, das ist ziemlich nice für uns. Und hier gibt es auch noch einen Trank Tarnung. Ist das okay? Und in der Folge haben wir gar keinen Fluch. Das ist ganz gemütlich, muss ich gestehen. Das können wir dann ganz gemütlich hier durchlaufen. Wendigkeit nehmen wir mal nicht mit. Zorn nutzen wir mal bei der Kiste, würde ich sagen, wenn es eine übele Kiste ist. So, wir schenken den Stormbear da hinten mal einen Trollhammer. Noch ein, zwei Schüsse brauchen die hier. Okay. Wir haben aber auch nicht mehr ganz so viel Munition. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, natürlich, das hat weh. Ist aber nicht schlimm, wir heilen ja wieder schnell hoch. Wir heilen ja wieder relativ flott hoch. So. Da hinten stehen einige Gegner rum. Da werden wir vielleicht einen Trollhammer reinjagen. Vielleicht auch nicht. Okay, Globatier ist weg, das ist gut. Den Stormbear holen wir hier auch weg. So. Gruber hat hier hinten wahrscheinlich noch ein paar Gegner. Schießen wir den hier ein bisschen in den Rücken. Guck aber, dass wir auch nicht getroffen werden von denen. Okay, sehr schön. Soll ich einen Trollhammer nochmal dafür? Ne, für die Kleinen benutze ich keinen Trollhammer. So, wir holen uns da oben mal Munition. Und dann gucken wir mal, ob wir noch einen Trollhammer hier nach hinten werfen. Wir machen mal den da. Vielleicht treffen wir irgendwas. Oder den da. Oh, hier gibt's nochmal Munition. Nice. Tarnungdrang nehmen wir nicht mit. Ich glaub, Zorn sind wir ganz gut mit aufgestellt. So, Heilung brauchen wir aber auch nicht. Wir sind ja voll. Okay. Victor hat's geholt. Nice. Ähm. Gruber möchte sich noch heilen. Ich heile mal Gruber dann hoch schnell. Okay, wir heilen nicht Gruber hoch. Gruber hat sich selbst gehalts. Ist auch in Ordnung. Und dann, hier ist immer die Option, dass wir links, äh, rechts oder links lang gehen. Und links ist erstmal vorteilhaft. Weil wir später wieder nach unten rechts kommen können. Vielleicht kommt ein Monster jetzt gleich, aber bisher sehe ich, oder höre ich auch noch nicht. Manchmal swordt ja ein Monster, wenn wir hier das Areal betreten. Ungefähr ab der Linie da. Ah, nee. Hier ist nichts. Okay, nice. Ist weg. Und. Wo stellen wir uns am besten hin? Hm. Ich würd sagen, wir stellen uns erstmal hier hin. Wir werden später auch von hinten kommen. Ist also nicht so schlimm. Können wir mit dem Schild die gleich ein bisschen mehr wegpupsen. Solange schießen wir mal hier schön rein in die Horde. Da können wir relativ viel Schaden verursachen. So, wenn sie jetzt auch noch durchs Gas laufen, kriegen sie natürlich deutlich mehr Schaden. Und ja, nächstes Mal. Ich bin mir nicht sicher, was wir spielen sollen. Mal wieder eine Runde Handmaiden. Schön mobil. Viel gut gegen hier die Kisten mit den Bannermen wären wir auf jeden Fall. Aber. Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher. Gralsritter wäre auch mal wieder geil. Gralsritter wäre auf jeden Fall mal wieder nice. Ich glaub, irgendwie sowas machen wir dann mal wieder. Das könnte gut werden. Oh, noch eine dritte Bombe nehmen wir mit. So, wir schießen die dreimal an und... Okay, soviel dazu. Wir haben leider Viktor einmal angeschossen. Aber es ist in Ordnung. Er hat nur temporäres Leben verloren. Ist natürlich auch nicht so nice, aber... So, wir jagen die hoch. Dann ist da oben ein bisschen gedöhnt. So. Elia hat gerade noch ein bisschen was abbekommen. Ist natürlich nicht so nice. Okay, nice. Wir konnten hier noch perfekt in... ...heim die Gatling wegholen. Ich labe auch die ganze Zeit zu oft nach, die Gatling. Ich will immer auf die Fünferstapel gehen. Aber ist einfach nicht nötig. Bei so wenig. Haben wir eigentlich Horden plus? Ne, wir haben... ...umherstehende Gegner. So. Das heißt... Wir locken mal die da hinten an. Oder schießen die schnell weg hier. Dann nutzen wir gleich mal das Fass hier. Was ist das hier? Poison Ale. Oh. Viktor habe ich jetzt gerade leider nicht gesehen. Okay, wir lassen mal den für Viktor. Und dann holen wir mal den Rest hier dann doch so weg. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Rang ist, aber wir werden den mal nehmen gleich. Wir nehmen auch nochmal schnell die Münzen davor mit. Nom, nom. Okay, was hat Viktor da bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich sag mal, kommt her. Aber ich kann das dann... Okay, so viel dazu. Sie machen da oben. Okay, wir holen hier unten erstmal alles weg. Okay, ist natürlich nicht so schön, dass sie gerade hier... Okay, wir machen folgendes. Wir holen jetzt eine Bombe hin. Ich würde nämlich ganz gerne da helfen, aber wenn alle so nah stehen, kann ich da nicht wirklich viel Schaden machen. So, kommst du zu uns? Ja, jetzt geht er wieder zu Gruber. Ja, Feuerbohm ist vielleicht nicht das allerbeste, aber es ist in Ordnung. So, wir können noch einmal hier schubsen. Und dann ist er auch fertig. Nice. Muss wir den Voller mal gar nicht benutzen. Das ist ganz gut. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Irgendwo kommt auch eine Dingens. Eine, ähm... Hookratte. Okay, die ist weg. Das ist gut. Dann nehmen wir mal schnell mit. Jemand hat Ulrichs, hat er glaube ich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass wir Ulrichs nehmen können gerade. Wir müssen das hier nehmen. Bisschen mehr Schaden... Ausbeute hier. So. Jeder vierte Treffer ist nämlich ein kritischer. Das werden wir richtig gut nutzen mit dem Trollhammer. Jeder vierte Trollhammer ist kritisch, so nach dem Motto. Das können wir später bei den Monstern am Ende ganz gut nutzen. Garantiert kritische Trollhammer sind nice. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie... Okay, es wäre zu nice, wenn wir hier mit den... Kritischen Treffer bringen es zum Explodieren. Das wäre so gut, wenn wir das bekommen würden. So, wir müssen noch einmal treffen. Genau, haben wir jetzt den kritischen Trollhammer. Ich kann auch die Hook-Rate hier ein bisschen wegschubsen. Irgendwie, die Schubser klappen gerade nicht so. Ich war gerade bei unserer Reichweite raus. War wohl eher mein Problem gerade gewesen. So. Drei, vier, fünf. Strollhammer können wir einfach runterschubsen. Wir können hinten nochmal ein paar Münzen mitnehmen. Das ist ganz gut. Und, ähm, Munition. LG kann dann Munition mitnehmen. Oh, hier waren noch Münzen. Okay, nice. Habe ich gar nicht gemerkt. So. Hinten war noch eine Gasplatte. Gruber hat sich um die gekümmert. Hier nehmen wir noch eine weitere Bombe mit. Wir gucken auch mal nach hier oben schnell. Schubsen die mal natürlich weg. Oh, da hinten sind Stormwärmen. Aber so leicht kommen wir gerade an die nicht ran. So. Ich sag mal, dass, ähm, hier Heilung ist hier oben. Da kann LG das mitnehmen. So, ich sag nochmal Heilung hier oben. Vielleicht möchte LG die mitnehmen. Einmal kann sie sich ja auch hochheilen. Okay, aber irgendwie möchten die sich nicht heilen. Ich gehe zu Victor, weil er gerade ein bisschen alleine ist. Ist gerade ein bisschen besser. Okay, Victor kommt zurück. Das ist gut. Wir können mal wieder einen Trollhammer hier reinhauen. Der tut auf jeden Fall ordentlich weh hiermit. Kritisch. Na, dann können wir nachladen, wenn wir ein Schild bekommen haben. Nice. So, dann gucken wir, dass wir da ein paar Treffer hier holen. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Noch einen. Ah. Okay, nice. Jetzt haben wir vier bekommen. Okay, alles gut. Die haben die Hochkratte. Da hinten kommen noch mehr. Ich schieße jetzt mal da einfach einen Trollhammer rein. Ist, glaube ich, auch besser so. So, wir haben jetzt hier noch ein paar Münzen. Wir haben hier noch einen, ähm, Segen. Ich glaube, wir kriegen aber einen Dingens danach, oder? Einen, wie heißt das so schön, einen Schrein. Und deswegen werde ich mal ein bisschen hier, oh, warte, den möchte ich nicht nehmen. Werde ich mal ein bisschen hier sparen. So, wir müssen auf jeden Fall wieder ein paar Treffer machen. Eins, zwei. Oh, wir können hier auf jeden Fall vier holen, oder? Okay, nice. Haben vier geholt. Einfach aus dem Grund, dass wenn wir gleich... Warte, die Kiste hatten wir schon. Okay, ja, so viel dazu. Wir haben ja den kritischen Treffer aus der Kiste bekommen. So viel dazu. Aber, ja, ist ganz gut, wenn wir hier gerade so ein bisschen Münzen generell sparen. Ich habe in der letzten Zeit sowieso immer ein bisschen zu wenig Münzen. So, wir holen hier nochmal ein paar Treffer aus. Eins, zwei. Jetzt sind wir beim kritischen, nice. Vielleicht gibt es auch nochmal Munition gleich. Das kann auch sein. Kann gut sein. So. Ich brauche noch, wir brauchen noch einen Treffer. Nice. Ja, ich spiele das halt in der Kampagne nicht, weil Armor Piercing und kritische Treffer sind im gleichen Dingens. Da gibt es halt nicht wirklich so die Möglichkeit für mich, das zu nutzen. Finde ich zumindest. Armor Piercing kommen wir halt durch so viele Stormwärme durch. Da können wir so gut die Patrouillen schreddern und so. Aber das können wir halt mit dem kritischen Treffer nicht wirklich. So. Wir können aber hier hinten gucken. Vielleicht gibt es nochmal Münzen oder so. Hier, oh. Ich habe wirklich Münzen da. So. Gut, wir müssen überleben, aber ich weiß gerade nicht. Geht es oben? Ja, es geht oben lang, oder? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Bin mir nicht so ganz sicher damit. So. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen mehr die Dingens hier benutzen. Gehen wir in die Gang gerade. Wir müssen aufpassen, hinter uns ist auch irgendwas gewesen, ja. Okay, nice. Ist weg. Wir laden nochmal ein bisschen nach hier. Und gucken mal, dass wir hier dann die Biestegorse bekommen. So. Okay, ja. Geht gerade nicht so wirklich gut mit den Biestegorse. Wir haben gerade Pi zu Pi kleines gedönst um uns herum. So, da ist noch einer. Okay, jetzt haben wir leider noch unseren Dieben Victor getroffen. Okay, jetzt brauchen wir wirklich noch ein paar Treffer. Eins. Zwei. Okay, drei, vier. Hatten wir. So, wir schubsen den mal weg hier. Und senden mal einen kritischen Problem hier rein. Passen auf, dass wir nicht getroffen werden. So. Okay, wir machen folgendes. Nachladen. Wir haben gerade hier Dingens bekommen. Eins, zwei, drei. Warte nochmal. Eins, zwei, drei. Noch einen. Noch einen. Das tat gut weh. Da brauchen wir eins, zwei, drei. Und dann haben wir ihn. Nice. Ja, es war ganz gut mit dem Quatschentreffer, als wir die abgewartet haben. Jetzt brauchen wir natürlich wieder ganz viel Munition. Ist natürlich nicht so schön. Aber wir können den da hinten ein bisschen staggern, bis LD den weg holt. Nice. Hat ziemlich gut geklappt. Und dann geht es weiter nach oben. So, wir können mal hier ins Eck gucken. Aber da gibt es nichts. Manchmal kommt ja das Schiff hier so lang und dann können wir hier rüber und da oben raus. Aber diesmal nicht. Diesmal leider nicht. So, wir gucken mal hier ins Eck. Ne, da ist nichts. Dann gehen wir nach oben. Ja, vielleicht hätten wir auch nach oben gehen können. Hätten wir uns ein bisschen Weg gespart. Und ich bin mal gespannt, was wir jetzt kaufen können aus dem Schrein. Vielleicht irgendwas Gutes, vielleicht nichts Gutes. Wir werden es sehen. So, auf jeden Fall sollten wir mal hier ein bisschen auf die Blackmonks gerade drauf gehen. Und die Gasratten hier. Und wieder ein bisschen nachladen. Noch einmal. Und fünf. Jawohl. Ja, also das größte Problem, was ich halt auch merke bei Ingenieur, es ist, man kann richtig hart austeilen. Aber sobald man wirklich die Gegner vor einem hat, muss man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Dann müssen wir halt im Nahkampf sein. Und Nahkampf ist halt ein Ingenieur nicht unsere Stärke. Ist auf jeden Fall so. Ich bin mal gespannt, ob wir Munition bekommen. Ich habe davor die letzten paar Mal gesehen, dass wir wieder Munition bekommen, nachdem wir auf der nächsten Map sind. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie das jetzt damit ist. Aber. Bevor wir irgendwie Munition oder so bekommen, bekommen wir erstmal die Option hier ein bisschen Boons zu kaufen. Irgendwas mit Ult werde ich nicht nehmen. Das funktioniert einfach nicht. Funktioniert einfach viel zu schlecht. So. Dann nehmen wir den Money Boon, oder? Oh, Gruber, schreibt gerade, es ist schön, mit euch zu spielen. Schreibt mal, you two. Weil das Team ist echt super. Davor war es echt schrecklich gewesen. Aber naja, es ist, wie es ist. Können wir nicht ändern. So, Heilung, die... Hm. Das nehmen wir nicht. Da müssen wir dann die ganze Zeit... Obwohl... Wir nehmen das. Wir nehmen das mit. Wir haben ein bisschen langsamer unseren Ult. Lädt langsamer auf, aber es ist in Ordnung. Nice, nice. Gut, wir haben noch ein paar Coins übrig für dann später. Das ist ganz gut. Vielleicht kaufen wir dann das nächste hier, obere, bei dem nächsten Schrein. Und ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschö, tschö. hak